so hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal schön dass du dass ihr wieder zu mir gefunden habt für die die mich noch nicht kennen mein name ist monika ja ich möchte heute etwas schönes mit euch teilen und zwar ich war mit meiner tochter in einem kinofilm und der film hat uns beide sehr berührt und es ist ja ist ja gar nicht so einfach dass so etwas stattfinden kann denn meine tochter und ich wir sind schließlich auch generationen auseinander und genau und der film heißt das leben ein tanz und er hat mich sehr sehr berührt weil die protagonistin um dies geht es ist die elise die ist prima ballerina in dem film ist sie 28 jahre alt und ihr leben besteht aus der bühne aus dem klassischen ballett tanz und man sieht am anfang also taucht man in diese täte also in diese bühnen welt ein und sie man sieht sie ist kurz vor einer aufführung sie sie steht quasi hinter dem vorhang der bühne und in einem kurzen augenblick sieht sie dass ihr freund eine kollegin küsst und das wie ihr euch vorstellen könnt verletzt sie natürlich zutiefst und etwas zerbricht in ihr und jetzt muss man sich vorstellen sie hat da hunderte von zuschauern vor sich die halt an dem abend eine ballettaufführung erwarten und man muss erstmal diese kraft aufbringen um da raus zu gehen und so tun als wäre nichts ja sie hat sich dem also gestellt und fängt an zu tanzen wunderschön und ja und es kam wie es kommen musste bei einer ihrer pirouetten ihrer zahlreichen pirouetten stürzt sie plötzlich und verletzt sich stark ja und da ist es erst mal vorbei mit dem tanzen und es ist erst mal ruhe angesagt und ja laut aussage der ärztin muss sie sich natürlich schonen und sie versuchen es erst mal auf konservative weise mit physiotherapie und allem möglichen weil der rechte fuß ist stark betroffen sie hat einen sehnen abriss und einer der fußknochen ist gebrochen oder angebrochen und ja sie muss also so einen dicken schuh tragen und sie geht auf krücken ja gut jetzt muss sie sich natürlich damit beschäftigen was ist sollte ich gar nicht mehr auf die bühne gehen können denn die ärztin sagt dann zu ihr ja also jetzt müssen wir erst mal konservativ behandeln und dann müssen wir schauen wenn es dann nicht besser ist dann müssen wir eventuell operieren aber es ist auch nicht gesagt ob die op überhaupt hilft und wie ihr euch vorstellen könnt ja wird sie immer kleiner auf ihrem stuhl die lies und sie ist traurig und verzweifelt natürlich ja über diese situation gut und dann sie ja ergibt sich natürlich erst mal in ihr schicksal was bleibt einem dann auch anderes übrig und sie sie kommt über eine freundin von ihr oder über eine bekannte kommt sie mit anderen tanzkünstlern zusammen also die eine andere art des tanzes machen und auf ganz spielerische sanfte weise kommt es eben dazu dass sie ihren körper und ihren ihre muskeln ihre sehnen und so weiter wieder trainiert und was mir so gut gefallen hat eben dass es ein beispiel dafür ist wie ich mit meinem geist also mit dem was ich denke auch meinen körper heilen kann denn am ende ist es so dass die ärztin sich also wundert warum ja gar nichts mehr zu sehen ist auf dem röntgenbild und es ist ja alles wunderbar und ja und ich möchte euch das berichten weil weil das ist für mich immer der weg also ängste und zweifel werden uns ja meistens nur von außen eingepflanzt ja und das heißt also vertraut eurer eurer inneren stimme euren euren innersten wünschen und strebt danach dann wird es auch gelingen das heißt also dieser film vermittelt unglaublich viel mut und zuversicht und neben dieser handlung des tanzes ähm geht es natürlich auch noch um zwischenmenschliche themen um die beziehung zu ihrem vater weil ihre mutter relativ früh verstorben ist und so weiter also es ist der film berührt auf ganz viele verschiedene arten weil er einige themen anspricht und anklingen lässt ja und vielleicht habt ihr zeit und lust euch den film anzusehen ich finde er vermittelt einfach zuversicht was für uns menschen ganz ganz wichtig ist ähm und dass wir auch auf die alternativen heilkünste auch vertrauen sollten eben die ähm körpertherapie und auch die ich sag jetzt mal homöopathie auf die ganz alten heilkünste ja ja und dass es immer einen weg gibt und wenn sich eine tür schließt dann öffnet sich eine neue oder viele neue ja und für für elise haben sich dann hat sich dann wirklich eine neue tür geöffnet ähm wo sie ähm ihr selbstwertgefühl wie zurück zurück bekommen hat und neues selbstwertgefühl aufgebaut hat denn sie hat am ende hat sie getanzt wie ein vulkan also wie eine schlangen tänzerin so biegsam und und geschmeidig unglaublich ähm wenn ihr euch für tanz überhaupt interessiert dann ist es auf jeden fall was für euch aber auch auch sonst der film hat wirklich tiefe ja und deswegen hat er mir und auch meine tochter so gut gefallen ja dann hoffe ich dass ihr euch den film anschaut und ich würde mich natürlich freuen wenn ihr mir berichtet wie ihr ihn fandet und ich freue mich natürlich wie immer über einen daumen hoch wenn ihr euer abo bei mir lasst und ja über eure kommentare herzchen blümchen tierchen ihr wisst schon ok macht's gut servus 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 servus